So einen da runter noch springen. Ja, guck mal, wo ich bin. Alles klar. Schaff ich das hier? Nein, schaff ich auf keinen Fall. Doch, schaff ich wohl. Bitte, bitte, bitte. Nein. Yo Leute, du Baskettab, herzlich willkommen zu diesem kleinen Minigame und das heute spielen wir. Komm mal, hd.net. Wir zocken einfach ein bisschen was auf der Community. Und ja, mit dabei sind die, die, die. Wir schreiben jetzt einfach mal Hey Army rein, damit sie erstmal wissen, dass wir ja da sind. So. Äh, keiner schreit. Äh, lol. Okay, alles klar. Nase, Hey Army, oh, die ist klar. Ich nehm grad mit Open Broadcaster auf, das heißt, meine etwas, also eigentlich ne bessere Facecam ist gerade da, aber, naja. Das ist ein Zusammenschnitt, wenn euch das gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, ich bin Sturmwaffel. Das ist ein Zusammenschnitt, wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach hoch da. Alles klar. Und ja, die anderen sind auch noch da, die dürfen sogar reden, ne? Ist das nicht toll? Ihr dürfen sogar reden in meiner Aufnahme an der Schluss. Wir alle in den 10er PSC davor, bis dann nicht fast. Leute, ich hab euch das mit Twitter angeschön, nicht? Also, gönnt euch das. So, jetzt machen wir mal hier so ein paar Jumpe-Runs. Also, jetzt machen wir mal ein bisschen Eis, ich guck mal hier. Oh, ich jetzt fast first way geschafft. Ich bin kurz weg, weil ich schaffe. Ja, okay, ich werde es schaffen, glaube ich. Dafür, du stirbst. Alter, Maul. Alter, Maul. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt gehen wir mal direkt mal zum nächsten Jumpe-Runs. Planes. Oh, nicht wieder Planes, wieder abkürzen. Ein, darunter noch springen. Na, guck mal, wo ich bin. Alles klar. Schaffe ich das hier? Nein, schaffe ich keinen Fall? Doch, schaffe ich wohl. Bitte, bitte, bitte. Nein. Planes. Okay, ich mach mal hier, hier und jetzt wieder da. Und jetzt wieder da. Und jetzt wieder da. Doch, ich kann doch sterben. Letztes ist richtig mieser Schwung. Ich hoffe, du gehst da rein. Wir drücken ihn fest, die Mittelfinger. Ich drück mir den Mittelfinger, aber ich hab gewonnen, Leute. Stellt euch vor, ihr nehmt was auf. Dann hört ihr dieses schöne Geräusch einfach von jemandem, der dich in Skype anruft. Ihr seid direkt erfreut. Ihr freut euch direkt. Ah, Leute, sucht mich alle bei Akinator. Ich möchte mich bei Akinator finden. Atom. Dann geben wir Stone, Leute. Stone ist meine Lieblingsmeep. Ach so, Stone. Die ist einfach so übel billig gemacht. Okay. Aber es gibt ja... Kein Bock mehr auf Stone. Feuer. Feuer. Was ist das für ne Kacke? Nein, ich hab doch gesagt, wer das schafft, bekommt zu dem PC Spaß. Das hab ich an Leaf-Fuchs oder so gesagt. Ey, das ist doch mega easy. Das geht nicht. Klar. Ey, das ist doch mega easy. Mega easy. Alles kahl. Alles kahl. Alles kahl. Und das war das Abschlusswort, ne? Alles kahl. Ich schreibe jetzt alles kahl rein. Und das ist dann die Ende der Folge. Ihr sendet ab in drei, zwei, eins. Jetzt. Oh, scheiße. Es war in diesem Moment, dass Nathan knew. Er... Das war's toll, ihr glaubt. Leute, das war's von dieser Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Und haut rein. Und ciao. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.